Kata Beach liegt im Südwesten der thailändischen Insel Phuket. Zwei Kilometer weißer Sand locken vor allem im Winter, hier also zur warm-trockenen Jahreszeit, Touristen in Massen aus aller Welt an. Doch Corona hält die Sonnenanbieter nun fern von der Perle der Andamannensee. Eine Stimmung wie im Tiefschlaf. 85 Prozent der Wirtschaft Phukets lebt vom Tourismus. Doch wegen der Pandemie hat Thailand seine Grenzen geschlossen. Selbst die mutigsten Phuket-Fans aus dem Ausland müssen erstmal in strikte Quarantäne. Das Paradies schottet sich ab. Der Reiseveranstalter Thirikost lebt seit 24 Jahren in Phuket. Wie die Einheimischen wartet der Auslandsfranzose auf seiner Trauminsel, abgeschottet von aller Welt, auf bessere Tage. Wie die Anbieter war der Weihkst. Wie die Anbieter haben wir schon ganz ausgeschriebenen. Wie die Anbieter sprechen wir in der Anbieter und siebenen. Wie die Arten entspricht wir uns. Wie die Art von Parle des Höhepers zu U-verlusten haben wir noch ein paar Voraussien. In Katabic, seit langem einer der beliebtesten Strände bei den Urlaubern, haben alle Hotels geschlossen. Allen voran der Club Med, schon seit März 2020, zu Beginn der Pandemie. Das Schwergewicht des globalen Tourismus war Theris Hauptarbeitgeber. Die Pandemie zwang natürlich auch Theris, sein Unternehmen, Siam Evasion, zu schließen. In der Zeit davor kamen Jahr für Jahr 14 Millionen Urlauber nach Phuket und ließen an die 10 Milliarden Euro dar. Das Schwergewicht des Böckens ist. Der Contrast ist sehr beeindruckend, wenn man diese Videos von Phuket vor der Pandemie sehen, wie es der Welt war. Wenn man sieht, wie es heute hier ist. Ich glaube, dass 6.000 häls in Phuket sind, wo es mehr als die meisten sind. Das war immer noch. Das war immer noch. Jours und nachts. Jours, eher auf der Plage. Und die Nacht war die Bank-Larone, die Walking Street, wo es immer noch ein paar Bars, wo alle Leute sich verletzen. Und auf einmal alles vorbei. Die einst so belebten Straßen von Patong, verwaist, wie in einer Geisterstadt. Denn um das Virus wieder aus dem Land zu drängen, lösten die Behörden die Party auf und schotteten das Land mit drastischen Hygienemaßnahmen ab. Bei ihrer Ankunft müssen Ausländer 14 Tage lang unter Polizeiaufsicht, in beschlagnahmten Hotels in Isolation und mehrfach PCR getestet werden. Die Thai müssen in ihren Vierteln bleiben oder in ihrer Region, sobald dort Infizierte gemeldet werden. Masken sind hier Vorschrift. Verweigerern drohen Bußgelder in Höhe eines Monatsgehalts. Strafen jedoch sind selten nötig. Seit ein Tsunami sie 2004 schwer getroffen hat, sind die Thai an Krisenmanagement gewöhnt. Ihnen ist klar geworden, Bessermann fügt sich, kooperiert und übt sich in Geduld. Ja, ja. Anstatt der Touristen von Patong bevölkern heute weniger fröhliche Menschenmengen die Straßen. Thai, die um ihre tägliche Essensration anstehen. Kun Pati ist Hotelmanager. Auch er nimmt keine Touristen mehr auf. Doch mit einem Teil seines Küchenteams hilft er mit, Lebensmittel zu verteilen. Untertitelung des Schulz. Die Regierung des Königreichs Thailand hingegen ist um ihre Mitbürger nicht ganz so bemüht. Die wenigen Glücklichen mit einer Sozialversicherung erhielten im ersten Lockdown zwei Monate lang ein Überbrückungsgeld von 130 Euro und danach nichts mehr. Pangar, gut 100 Kilometer vom Tourismus-Hotspot der Insel entfernt, lebte vom Kommen und Gehen der Massen in Flipflops und Tanktops, die für ein paar Stunden raus wollten, aufs Meer. Vichan besaß eine Flotte mit sechs Autos. Auch sie blieben stehen, mangels Kunden. Unter der Last der Schulden musste Vichan sie verkaufen. Heute ist Pangar wie ein riesiger Friedhof für Holzkähne. Und jeder hier sucht einen neuen Lebensrhythmus. Vichan stammt aus dieser waldreichen Provinz des Kontinents. Heute erntet er Kautschuk auf der Plantage seiner Familie. Die Kirchen des Kartons Es ist eine Art von der Verlangen. Wir sehen uns, dass die Angelegenheiten die Stimme haben, um die Stimme zu machen. Das kann man auch noch ein bisschen machen. Ich habe eine Art von der Verlangen-Denken. Wir haben eine Art von der Verlangen-Denken. Wir haben einen neuen Verlangen. Wir haben einen Verlangen-Denken, aber wir haben einen Verlangen-Denken. In den Augen seiner Leidensgenossen ist Vichan privilegiert. Er kann sich noch jeden Tag im kleinen Restaurant seiner Schwester satt essen. Den wirtschaftlichen Stillstand, der sein Land lähmt, sieht er mit trauriger Nüchternheit. Für die Thai verhießen die Jobs in Phuket im Kontakt mit Touristen aus aller Welt ein besseres Leben. Um sich das Virus fernzuhalten, musste man alle auf Abstand halten, die es übertragen konnten. Keine Gäste mehr, kein Geld. Für die Bevölkerung eine harte Prüfung. Doch harte Prüfungen kennt man in Phuket. Und so planen viele, statt im Selbstmitleid zu baden, für das Leben danach. Nahe der Talong Road geben sich auch Sel und seine Frau optimistisch. Sel spricht Englisch und etwas Französisch, wodurch er im Land des Massentourismus gutes Geld verdiente. Früher, als er noch Fremdenführer war. Seit die Grenzen dicht sind, arbeitet er in der Küche und hilft seiner Frau beim Verpacken der Gui Chai, einer Spezialität von Phuket. Ja. 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 Senn hat einen Lastenseitenwagen angeschlossen für seine Ravioli und fährt damit auf die Märkte von Phuket. Unterhalb von Big Buddha, im Händlerviertel Chalong, sind sie ohne Touristen wieder alle unter sich. Im Land des Lächelns diskutiert die Senn. Man sieht man nicht lange über Beschlüsse der Regierung, auch nicht über drastische. Lieber üben sie sich in Optimismus und der Kunst, sich selbst zu behelfen. Und die Rechnung geht auf. Das Königreich Thailand kann auf seine unglaubliche Corona-Bilanz stolz sein. Nur 25.000 Infektionen in einem Jahr. Und 80 Todesfälle seit Beginn der Pandemie. Ein knappes Dutzend davon in Phuket. Zur Unterstützung der Straßenverkäufer und der einheimischen Verbraucher hat die thailändische Regierung eine Payback-Aktion für Einkäufe ins Leben gerufen. Auf Anregung dieser Kleinhändler, die diese Aktion stolz bewerben. Unterhalb von 50.000 Infektionen in Phuket. Sels Familienbudget hat schon bessere Tage gesehen. Und doch haben seine Frau Hom und seine Tochter Pali bislang noch vor jedem Tempelbesuch Opfergaben gekauft. In der Zeitung werden Sie in diesem Zeitpunkt angeblich Menschen mit mir zu Gast. Ich wurde hier in dieser Zeitung zurückgekannt den Dokum. Ich bin dem Zeitpunkt für alle Menschen. Wenn wir hier in outra Form kommen, dann werden wir eine Formel von Schwab. Das erneutnis ist, dassisen wir die Großartig haben. Der Hauptmann hat den Weg zu fliehen. Denkst kredit, die sich bereit zu wollen. Und die Schleifung hat keinen GehPlus. Die Leute auf Phuket leben wieder mehr von den Gaben der Natur. Die wichtigste Nahrungsquelle der Inselbewohner ist noch immer das Meer. In Mudong, im Südosten, teilen Lot, Kei und Bang sich die Spritkosten für ein Boot und hoffen auf guten Fang. Oh Mama, Mama, komm mal auf. Wo weniger Touristenmäuler zu stopfen sind, schenkt das Meer wieder reicheren Fang. Oh Mama. Oh Mama. Oh Mama. Oh Mama. Früher haben die drei Fischer ihren Fang immer in Restaurants verkauft. Sie haben sich angepasst. Sie oder, genauer gesagt, ihre Frauen. In dieser matriarchalen Gesellschaft verwalten die Ehefrauen das Geld. Im Viertel Tantong in Phuket Town übernimmt Keis Frau Sadia den Verkauf der Fische. Alles läuft über die sozialen Netzwerke. Schon bald klingelt das Telefon. In einer knappen Stunde haben Kei und Sadia ihren Fang verkauft und 16 Euro verdient. Lieferung inklusive. Auf Phuket ist das Meer eine Einnahmequelle für Arm und Reich. Kim, den Besitzer eines Luxusrestaurants in Phuket Town, hat die Pandemie ebenfalls schwer getroffen. Es kommen weniger Gäste, aber darüber freuen sich nur die Krustentiere, die er auf seiner Speisekarte anbietet. Das ist für ein Kilo. Das ist für ein Kilo. Kim Te Rassak ist der Sprössling einer reichen thailändischen Familie. Seine Großeltern haben mit Zinn ein Vermögen verdient, später dann im Seehandel. Der jüngste von sechs Geschwistern versucht sich in der Luxusgastronomie. Im Nobelviertel Phuket Town ist das Tukop Kao eine bekannte Adresse betuchter Einheimischer und Touristen. Gäste, reiche Thai aus dem Ausland oder aus Bangkok, hat Kim nicht mehr so viele. Und so betreut er die seltenen Gäste umso intensiver. Gäste, die wir hier haben. Und wir wissen, dass wir hier Gäste haben, 299 Bauten. Mit 9,000 Bauten und alles. Die ganze Räume 299 Bauten nur. Okay, nur für dieses Jahr. Für die Liebe, Liebe. Seit drei Jahren hat Kims Restaurant einen Michelin-Stern und doch bekommt er den Saal kaum voll. Wir versuchen, ein paar Punkte zu bekommen, um die Leute zurückzukommen und ein bisschen Geld zu essen. Wenn Sie mich fragen, was ich gelernt habe über Covid-19? Ich denke, wir haben viel gelernt. Believe mich. Ich denke, die Leute, wie ich auch, oder die Leute, die ich weiß, in Phuket, wir wissen jetzt. Wir können nicht, wie ich sage, wir können nur nur ein Unternehmen konzentrieren. Seit Corona hat Phuket mit dem Massentourismus abgeschlossen und jeder erfindet sich neu. Wie manche Restaurants verwöhnen die exklusivsten Luxushotels ihre wohlhabende Kundschaft, um nicht schließen zu müssen. Das bekannteste im Süden der Insel, das Fünf-Sterne-Resort Shrepanwa, hat die perfekte Marktlücke entdeckt. Quarantäne-Aufenthalte zu 1.500 Euro pro Nacht. Für alle, die es sich leisten können, im Privatjet auf der Thai-Insel anzureisen. Ein eher düsteres Szenario. Vielleicht wird das die Zukunft sein auf Phuket. Ein exklusives Reiseziel für die Superreichen dieser Welt. Ein exklusives Reiseziel für die 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 Welt. Die Welt. Vielen Dank.